So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ram, das ist der Dika, eine neue Folge Pokémon GO. Heute ist Sonntag, heute ist der Schlüpftag mit Pi. Schlüpftage finde ich ja besonders nicht so toll. Meine Lieblingstage sind die Raid Days, wo du richtig Feeling hast, richtig Actionlos ist. Dann kommen Community Days, denn die sind auch ganz cool. Schlüpftage mag ich jetzt besonders nicht so. Bei mir ging es auch wieder mal um nichts. Vielleicht, wenn ein Hunderter gekommen wäre, okay. Wenn ein Schein gekommen wäre, okay. Ansonsten brauche ich das Pokémon eigentlich nicht. Ich versuche auf dem Habanero-Account möglichst wenig Pokémon aufzuheben, zu sammeln, zu machen, zu tun. Und habe auch nur die unendliche Brutmaschine genutzt. Es gab Schlüpftage mit Riolo zum Beispiel. Die fand ich wiederum cool, weil das ja ein super geniales Pokémon ist. Das Lucario momentan ja auch in den Dreier-Rates noch ist. Ich gucken muss, dass ich noch ein Raid heute auch mache mit Lucario. Aber Pi hat mich jetzt nicht so interessiert. Trotzdem habe ich ein Ticket bekommen vom Heiko, wo eben auch eine befristete Forschung dranhängt. Die möchte ich euch jetzt zeigen. Und die Ergebnisse davon und meine Ausbeute. Ich habe von 14 bis 16 Uhr also dann gebrütet. 15 Eier sind es insgesamt geworden, denn auch die Brutdistanz ist halb vier. Die braucht also nicht zwei Kilometer, sondern ein Kilometer. Ich habe zehn Minuten immer gefühlt für ein Ei gebraucht. Und mein Buddy heißt auch noch Heiko. Also da steht FVN 2018 AMK, weil von ihm ja eben das Ticket kam. Danke dafür erstmal Heiko. Dann gab es ja sowieso eine Forschung für alle. Pi-Schlüpftag. Brüte ein Ei aus. Und dann gab es diese befristete Forschung mit dem Ticket für einen US-Dollar. Brüte ein Ei aus. Verdiene 2000 Sternenstaub. Und erkundet zwei Kilometer. Ihr seht schon, am Ende da gibt es eine super Brutmaschine und ein Sternstück. Für einen US-Dollar gibt es einen super Brüder und ein Sternstück. Und dann fragen die Leute immer wegen dem Community Day und der 1-Euro-Forschung, der 1-Dollar-Forschung. Lohnt sich das, wo ihr vier Seiten habt mit viel mehr Items, viel mehr Staub, EP, Belohnungen, Begegnungen? Also die C-Day-Forschung würde ich auf jeden Fall jeden Monat mir holen an eurer Stelle. Ich kriege die ja immer geschenkt. Ich selber darf ja nichts bezahlen, nichts aufladen, keine Coins kaufen. Aber das ist eine Enttäuschung. Danke an Heiko trotzdem für die Forschung, die ich jetzt auch abholen möchte. Wenn wir hier reingehen, also aktuell, das war nämlich kurz ein Screenshot. Ich kann mir jetzt also einen super Brüder abholen aus der Forschung, die jeder hatte. Und hier kann ich mir nochmal ein paar EP abholen, plus noch ein super Brüder und ein Sternstück. Habt ihr das Ticket gekauft? Wer hat das Ticket gekauft? Wer war so dreist und hat sich da ein Ticket besorgt? Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen. Es sieht halt, naja, nach nichts aus. Ich habe, wie gesagt, mit der unendlichen Brutmaschine die 2 Kilometer Eier gebrütet. Ich hätte auch noch drei blaue gehabt und 16 super Brüder, aber die möchte ich mir aufsparen für das Go-Fest. Das weltweite dann in Gera. Da möchte ich einfach ein bisschen Gast geben. Deswegen versuche ich ja auch jetzt schon, Pässe zu sparen. Ich habe durch die Levelaufstiege und durch irgendwelche Spezialforschung und alles so Zeug jetzt auch schon 15 grüne Pässe gehortet. Und momentan bin ich bei 1032 Coins aus den Arenen. Jeden Tag kannst du 50 Coins verdienen. Ich habe die sonst immer genommen für Pokémon-Platz, da bin ich jetzt bei 1150. Und für Item-Platz, da bin ich bei 2050. Momentan erweitere ich aber nichts, weil ich jetzt Coins sparen will bis zum Go-Fest, um mir mal eine richtig starke Raid-Box zu gönnen. Ich habe letztens, war doch hier irgendwas. Ah ne, die ist zu teuer. Die ist auch zu teuer. Das ist Rotz. Das heißt, die coole Box, die ich gesehen habe, ist schon wieder weg. Aber ist ja auch ein anderes Thema. Habt ihr euch das Ticket gekauft? Schreibt es mal rein. 15 Eier. Ihr seht hier. 6, 9, 12, 13, 14, 15. 15 Pi, die heute alle geschlüpft sind. Darunter sind ein Shiny mit 351, ein Shiny mit 374 und ein Shiny mit 369. Das heißt, drei Shinies bei 15 Eiern. Das ist eigentlich cool. Glaube ich zumindest. Und dann können wir die auch alle mal bewerten. Was ist denn das Höchste? Hier ist eins mit 380 dabei. Das ist das Höchste. Ist das ein Hunderter? Ich habe vorhin das erste Shiny nur ganz kurz mal bewertet mit 351. Und hab gesehen, dass es zwei Sterne hat. Das andere sind 30 mehr. Sind 30 mehr, weil sowas klein. Schon was Fettes. Wir fangen einfach mal an und bewerten die 15 Pokémon in der Reihenfolge, wie sie in den Beutel reingerutscht sind. 353 ist nix. Hier Shiny mit 351 auch zwei Sterne. Hier mit 361. Das hat auf jeden Fall schon drei Sterne. Fehlen aber immer noch 20 zum 80er. Reicht das? 365? Das sieht schon gut aus. Im Endeffekt ist es jetzt wirklich das Hunderter. Und alle sagen, ja, der wusste das doch. Der kennt den Wert auswendig. Und jetzt tut er wieder so. Ich habe keine Ahnung. So, 65 ist 12, 12, 15. Dann haben wir 58. Das sieht ja schlecht aus. 374. Das ist das höchste Shiny, was ich habe. Hat drei Sterne. 14, 15. Aber 11. Boah. Hätte das jetzt 14, 15, 13. Dann hätte ich vielleicht darauf spekulieren können, dass das 80er und 100er ist. So glaube ich jetzt nicht mehr dran, dass das 80er und 100er ist, weil hier fehlen ja auch fünf Werte. So, 354 haben wir hier ein Treppchen. Das ist auch das Größte und Schwerste. Es gibt nämlich auch wieder Showcases mit Pi und Pipi und Pixi und Kaka und alles, was da reinkommt. Nicht vergessen zu setzen. Macht das mal. 13, 13, 13. Sieht ganz cool aus. Obwohl, da denkt man, war er 68? Nee, egal. 372 nochmal. Mhm. 380. Oh. Es ist ein 96er. Es hat 15 Angriff, es hat 14 Verteidigungen, 14 KP, also 380. Es ist kein 100er. Nochmal 375, auch mit 15 Angriff. 367, 369, 369. Andere Verteilung. Genial. Und natürlich Shiny, genau. So, nochmal 372 zum Abschluss und das war's. Jetzt könnte ich mir natürlich an das Höchste und Größte, das können wir auch mal ausprobieren, den Namen ran, weil mein Buddy, so wie der heißt, der wird ja irgendwann dann sowieso mal ausgetauscht. Ich möchte aber eigentlich das 74, hier das, das höchste Shiny. Hm. Eigentlich müsste ich den Heiko nennen. Das hebe ich mir auf jeden Fall jetzt mal auf, weil das aus dem Ticket vom Heiko kam, wird das nicht getauscht, wird das nicht verschickt. Ist ein Andenken an Heiko, sein Ticket für 1 Euro. Soll man da jetzt den Spielernamen lassen oder den richtigen Namen Heiko? Heiko, wenn du das siehst, schreib mal drunter, sollte Heiko heißen oder FVN 2018 AMK. Ja, was sagt ihr, ist das andere persönlicher, aber so weiß man, wer gemeint ist. Ja, was gab es sonst noch? Wenn ich ganz kurz mal hier drauf drücke, wir können noch kurz XXS abchecken. Da ist nix. Und XXL ist auch nix. So. Das war's im Prinzip. Das war meine Ausbeute, das war mein Schlüpftag. Nix Großes, nix Wildes, nix Ganzes. Da sitzt noch ein Pixi. Ich kann hier auch nochmal drehen. Da kriege ich nebenbei auch nochmal ein 2km Ei hinterher. Und kann das schon mal reinsetzen, auch wenn ich jetzt fertig bin und nix mehr mache. Wie sieht es bei euch aus? Wie lange habt ihr gespielt? Habt ihr die vollen 3 Stunden gebrütet? Habt ihr alles genommen, was zur Verfügung war? Habt ihr wieder unendlich viel Geld rausgeschleudert? Habt ihr auch nur die unendliche genommen? Wie viele Eier habt ihr gebrütet? Und wie viele Shinies waren bei den Eiern dabei? Gab es sogar 100er. Schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out for out. Euer Ramses.